Jede vierte Frau ist im Laufe ihres Lebens Betroffene von Partnerschaftsgewalt. Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch Gewalt ihres Partners oder Ex-Partners. Auch in Neustadt und im Landkreis Bad Dürkheim sind in den letzten drei Jahren vier Frauen und zwei Kinder getötet worden. Gewalt an Frauen und Kindern ist alltäglich und allgegenwärtig. In deiner Arbeitswelt, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Gewalt an Frauen und Kindern ist keine Privatsache. Diese Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem. Das Alltag, die soziale Schicht, die Herkunft spielt dabei keine Rolle. Gewalt an Frauen und Kindern geht uns alle an. Nun Toleranz. Es gibt Auswege aus der Gewalt. Deshalb schaut hin. Holt Hilfe und Unterstützung. Wir stehen an eurer Seite. Holt Hilfe und Unterstützung. Holt Hilfe und Unterstützung. Untertitelung des ZDF, 2020